Es darf keiner mehr sterben. Wir werden das nicht zulassen. Lee. It's okay. It's okay. Don't be afraid. Mine is you. Lee. Lee. Sein Name war Lee. Kann mir kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Leute gehen, sterben, gibt immer weniger von uns. Es verdammt hart, so lange zu überleben, ohne Sorgen zu haben. Tun wir's? Tun wir's. Willkommen im Ericsson-Internat für Sorgenkinder. Es ist unser kleines Königreich. Kinder sind hier sicher. Wir kümmern uns um sie. Ich bin Clementine. Ja, ich weiß. Der Kleine redet ununterbrochen von dir. Ähm, weiß er auch, was das ist? Ja. Wir mussten schnell erwachsen werden. Aber jetzt bist du sicher. Dein Freund auch. Hey, hier drüben! Clem, guck mal. Das war Sabotage. Marlen! Wir haben Weiß am Zaun! Monster. Alle verlassen sich auf mich. Es darf keiner mehr sterben. Wir werden das nicht zulassen. Versprochen. Vielleicht wäre ja alles anders gelaufen, wenn ich dabei gewesen wäre. Jeder stirbt. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Ihr kapiert gar nichts. Ich will euch beschützen! Lee war der Erste, der mir gezeigt hat, wie man überlebt. Was hat er dir beigebracht? Wie man sich verabschiedet. ? Was hat er dir beige?